Und zurück zur Magicka Wizard of the Square Tablet Als nächstes kommt... Gute Frage Ist das da? Ja, keine Ahnung... Ein Stopp-Zauber, ein Speed-Zauber Entweder das da oder das da Regen! Regen! Stürm dich dran vorhin! Ich... Nein, Regen! Oh! Musik kenn ich auch! Das war die... Das war von... Das war die... Das war die von Magicka Vietnam! Die war geil! Das war... Das ist ja genug... Yeah A... 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 Dem steht die Goblinsklamen, schau auf! Jetzt einfach beide blitzen halt, ja! Dort! Warum rette ich eigentlich immer? Ey, das wollte ich lesen! Oh! Was hat der denn da hinten gemacht? Dumpa, 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 dumpa! Gar hier! Fest an Angst! Seid jetzt durch das Feuer! Dumpa, dumpa, dumpa! Oh, da habt ihr aber nicht lang überlebt! Warum renn ich jetzt schon wieder? Weil du immer Feuer in deinem Teil machst! Ja, mach ich gern! Fackel damit alles ab! Hä, ich kann nicht A-Karsten, weil ich immun bin? Immun, 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 immun! Ach so! Deswegen mit ihm! Au! Keine Ahnung! Gibt's damage! Au! Au! Ich bin tot! Dann soll ich Probe wechseln! Ohne Heilung ist das doch im Gieß! So! Ah! Du bist immun! Kannst du halten! Äh, okay, du bist nicht immun! Na gut! A-W-A! Muss ich hier klicken? Ah! Ah! Aber ich bin jetzt immun! Schau mal, die können mich nicht! Äh, okay, die können mich trotzdem verletzen! Was bringt denn diese Schriftrolle? Was für ein immun! Ich habe eine Schriftrolle gemacht, nämlich um Spiegel! Ja, die habe ich von gekauft! Da sollte ich eigentlich nicht mehr sterben! Du Geldverschwender, du! Ne, das kostet 200 und wir können mit dem Geld nichts anderes machen außer das! Oh, wir haben doch schlecht! Bist du zu schlecht für das Spiel! Mach's nochmal! Mach's nochmal! Wir wollen doch das Beste! Da gibt's noch andere Zauber, die wir gewinnen! Oh! Ja! Aber das war doch schon Silber! Immerhin! Ja, aber... Vielleicht ohne Tore! Silber ist mir nicht gut können! Das kann sein! Ich wüsste was bei denen am allerschnellsten geht! Muss halt nachschauen! A, i, a, a, a... Ich hab gerade Heilzauber bewirkt, was soll der Scheiß? Ich laufe in die Kugeln über dir zum Teil an. Das wäre ja nicht schon wieder, woher kommt das immer? Hör auf immer auf mich zu schießen, ich kann mich nicht jeden Strom und Feuer gleichzeitig resistent machen. Wo geht das? E-A-F-A-L-M. Oh, du scheinen sogar zu gehen. Achso, die machen das auch immer mit ihren Explosionen. Ja, die haben Feuer drauf. Ich wollte gerade sagen, so jetzt geh ich ohne dich weg. Was? Wieder? Silber? Was? Ja, wahrscheinlich, weil ich einmal gestorben bin. Ah, hm. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie das so berechnen lassen. Oder wir müssen halt wirklich speedwaschen. Keine Ahnung, kenn ich mit dem System nicht aus. Und du hast ja nicht nachgeguckt. Ölempfindliches Monster Möwe. Öl? Ja, was? Dafür braucht man eine spezielle Robe. Ja, stimmt. Dann wird aus Wasser Öl. Das habe ich auch gelesen. Ups. Ich verstehe aber echt nicht, was mich immer so heiß macht. Wir sind ja nicht nur diese Bomben schmeißenden Gegner. Okay, jetzt wird es die Bombe sein. Ich habe das gerade eben auf mich selber gewirkst, das abzufeuern. Ich habe das gerade eben auf mich selber gewirkst, das abzufeuern. Oh. Oh. Tomatopest. Kann man eigentlich. E, A, D, F. Ah ne, das geht ja gar nicht. Man kann das ja soweit gar nicht kombinieren. So ein Schild mit dem du klingst, alles resistent bist. Der war lustig. Eigentlich wäre es besser, wenn du mit deinem, ähm, Dingens... Ah ne, das geht ja gar nicht. Wenn du mit deinem Strom... Wasser drin hättest. Nur, dass das nicht geht, aber... Ja. Warum brenne ich denn? Ach so, weil der immer genau dann, wenn ich aufhör zu brennen, sein Dingens macht. Au. Ich muss aber aufhören damit. Jetzt habe ich zu auf Wasser gemacht, jetzt bin ich nass. Dazwischen die perfekte Dinge draus zu finden, ist auch so ne Sache. Wunden. Ja. Hamas. Gäldener Stern, Gäldener Stern, Gäldener Stern, Gäldener Stern, Gäldener Stern... Äh, jetzt hier. Hallo? Ja. Ja, ich bin bereit. Ja, da steht warten auf Spieler. Mir steht, ich bin bereit und so ne Leiste, die abgeht. Ja, also ich glühende Kohle. Warum bist du eigentlich so behindert und läufst da einfach rein? Ich wollte das Schild da oben legen. Ja. Dann macht ihr Feuerschild. Au, sowas gibt's. Natürlich gibt's sowas. Was? Ist das eigentlich ein Quark? Ja, man kann dich vereisen. Hehehe. Dann kann ich mich aber wieder enteisen. Ist toll. Ich hab grad S gedrückt. He, das wär eigentlich Arcan gewesen, aber das gibt's nimmer. Ne? Ach, da fehlt da irgendwie was? Er hat noch Müller ab. Ja, Arcan fehlt. Warum? Ja, weil es hier in dem Teil nicht drin ist. Das hab ich noch nie benutzt, in Kombination mit Blitzenfeuer. Ich seh nix, besser hält ich ihn. Ja, du triffst dich daran, dass diese kleine Bubble, also diese kleine Blase leuchtet. Daran siehst du das? Ja. Ist durch. Boah. Sag mir das, dass da alle nur solche Leute sind. Oh, das ist ein Krokodil. Ey. Wir spielen schon auch schwer, oder? Ja. Wir sind halt solche Pros, oder spielen jetzt aber einfach halt sehr einfach. Was ist das? Oh. Aber ein, ähm, ein, äh, Steinschild ist ja auch nicht das, was ein Steinschild eigentlich mal war. Ja, das macht einen gar nicht mehr langsamer. Ja, das war das halt nur... Der Steinschild war ja vorher eigentlich ein Schild gegen alles, weil er einfach ein riesig Steinschild halt um dich rumholt ist. Aber jetzt hast du... Jetzt hast du quasi... Jetzt hast du quasi ein Schild gegen das Element Stein. Das ist ein Spielbar. Ey, klick den nicht weg, den kennen wir noch nicht. Das... Nein! Doch, den kennen wir schon. Es waren... Wir waren hier, dem Level. Ach so? Es war das erste Treffen, seine Zähne. Seine Zähne. Seine Zähne. Seine Zähne. Ach so, du willst erst alles auf Gold machen, oder? Okay, ja. Aufmachen, oder so. Okay, spielen. Storytime. It's time for the story! Au, ach, ich bin mit dem Wasser gescheißen. Ja, musst du aufpassen. Jetzt bist du wieder Wasser, also musst du wieder Feuer machen. Ich wusste nicht hin. Hä? Ach so, das war Feuerbomben. Warum seht ihr alle gleich aus? Wie, ja? Das sind auch Feuerbomben. Warum seht ihr alle gleich aus? Ich fand das voll cool, dass die alle so schön aussahen, wie die aussahen. Die sollen da reinlaufen und nicht dran vorbei, scheiß Teil. Die sind wohl schlauer, als du denkst, oder als du's möchtest. Oh, fuck. Fuck! Aaaaaaah! Jetzt kriegen wir eigentlich auch gleich das Level für Neustart. Wie geht das hier? Gutes Wissen. Ah, ne. Nehmen wir es halt einfach zweimal, statt Neustart. Mehr Kohlen. Vielleicht schalten wir später doch noch mehr Rohren frei. Das wäre zumindest gut. Dann werden die aber, glaub ich, schon im Invertar angezeigt. Naja. Die Schriftrollen kannst ja auch alle sehen. Aber es ist doch wirklich komisch, dass sie eigentlich alles von Anfang an geben. Das macht ja dann auch keinen Spaß, wenn man die zwei schalten kann. Torscht? Ist die Special nicht Tableta-Reaktion? Ja, da gab's 100 DLCs. Große, freundliche Kabel. Na, wenn sie freundlich ist, werde ich jetzt nicht angreifen. Hehehehe. Freundlich. Warte mal. Was zur Hölle? Das ist erscheint eine Muschel. Warte, lass mich mal. Die Krabbe ist in der Muschel. Bei Eisen geht's nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, was ist das? Da ist Blut, oder? Boah. Da ist Blut, oder? Boah. Da ist Blut, oder? Das erinnert mich an Bachelor Kassoui war auch alles, was du einsammeln kannst, mit dir redet. Was? Die drei ergeben jetzt. Handlich! Frei! Vollständig! Ganz gemet und däder ante der Gare. Men, äh... Was ist mit Arme, Beide, Fuß, Körper? Das kam mir aus mit nichts. So wie bei Voldemort. Na gut, er hat wenigstens Knochen reingeschmissen. Warte, skoja! Wem ar ne? Och vare ne Moppa av ein Soperspok. Ahh, Saga Null! Ne Jungenvisi Framborgi Aldreheim? Neiligen vara obligatutor kantan av Mikkel Jordan? Ja, Mastavärdet. O anden Spok har avanteni Krop ad flittisittivangel. Was ich denn das? Kannst du über... Achievement! Abendsuche zum Abendbrot. Oder halt das Englische. Oh, neuer Map! Kannst du Map eigentlich wechseln? Ja, da oben ist ein Map-Button. Ah, ich seh den. Die fallen ja hin, wenn man Steine droppen. Das weiß ich mal mache. Ich mach mir ein Wasserschild. E...F... E...F...D. Feuerscheinschild. E...F...D. 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 Warte mal. Oh, Story. Haben wir den nicht schon? Wieso kommt der hier nochmal? Bist echt behindert, kann das sein? Ja klar, ja, nein! Nein! Das bringt doch nichts! Tja, wieso ladest du neu? Ich hab dich wieder überlebt. Ja! Weil wir dann nicht alle drei Sterne kriegen. Boah, das stimmt schon. Hi, die sind bei dir. Ja danke, soll ich nochmal neu machen? Nein, die zwei Typen, die hier sind, killen, kann ich auch nicht machen. Nein, du hast mich gekillt! Du hast sie angeschossen und mich dabei getroffen! Ja, dann helfe ich dir eben gar nicht gegen die Gegner. Ja, ich stand da gerade und wollte mich einfach hochheilen. Ich kann mich schneller hochheilen, als die Gegner mir Schaden machen. Das klappt auch nicht, ja. Doch, das ist so. Spammen hat heftige Macht. Spammen hat heftige Macht. Ja, das ist so cool so. Ach. Auf money money! Das sind jetzt auch kurze Level, oder? Bedingend gesagt. Dad, du hast gesagt, das spielt auch nur fünf Stunden. Naja, gut. Dann müssen es aber trotzdem sehr viele Lehrer sein. Wir sind jetzt gleich hinüber. Ein einfaches Leben. Ah, okay, gut. Nein! Was? Müsste jetzt Gold sein. Wann? Ah, ja. Okay. Und Aufhebung bekommen. Yeah. Bekommen. Hatten wir ja nicht schon. Okay. Damit ist dieser Part zu Ende. Nein, ich hatte sie nicht. Aufhebung entfernt Barrieren. Und damit ist dieser Part zu Ende. Tschüss. Tschüss.